In diesem Video meines Crash-Kurses möchte ich dir zeigen, wie du als Besprechungsorganisator die Besprechungseinstellungen so wählen kannst, dass nur du Teilnehmerinnen und Teilnehmer stumm schalten kannst oder die Besprechung auch aufzeichnen. Für dieses Video habe ich meinem Bildschirm nun zweigeteilt. Auf der linken Seite siehst du in dunkel gehalten den Lehrer-Account, daneben in hell gehalten den Schüler-Account. Dadurch soll für dich nun nachvollziehbar sein, wie sich Änderungen in den Besprechungseinstellungen auswirken. Ich starte nun eine spontane Besprechung. Die Kamera schalte ich zu Demo-Zwecken dabei aus. Mit einem Klick auf Jetzt besprechen starte ich die Besprechung. Nun bekommt der Schüler auf der rechten Seite die Möglichkeit, diesem Meeting beizutreten. Ich klicke hier nun auf der Schülerseite auf Teilnehmen. Deaktiviere ebenfalls die Kamera und nehme nun auch an diesem Meeting teil. Wie du nun auf der Lehrerseite sehen kannst, befindet sich neben mir nun auch noch der Testschüler in der Besprechung. Ich und der Testschüler sind in diesem Fall gleichrangig. Das bedeutet, im Drei-Punkte-Menü habe ich nun die Möglichkeit, die Aufzeichnung zu beginnen. Ebenfalls könnte ich mit einem Rechtsklick auf den Testschüler diesen auch stumm schalten oder diesen entfernen. Wechsle ich nun auf die Schülerseite, hat nun auch der Schüler im Drei-Punkte-Menü die Möglichkeit, die Aufzeichnung zu beginnen. Ebenfalls hat er, wenn er sich die Teilnehmer anzeigen lässt, die Möglichkeit, mich als Organisator ebenfalls stumm zu schalten. Das kann natürlich in Besprechungen zu Chaos führen, wenn Schüler und Schülerinnen nun Besprechungen einfach aufzeichnen oder andere aus dem Meeting kicken. Um das nun direkt in diesem Meeting ändern zu können, gehe ich in der Lehrerseite mit der rechten Maustaste auf meinen Testschüler. Dort habe ich nun die Möglichkeit, diesen Schüler als Teilnehmer zu markieren. Das heißt, er hat nicht mehr einen gleichwertigen Status, sondern sein Status wird zu Teilnehmer heruntergestuft. Dieses Fenster bestätige ich mit Ändern und schon bekommt auf der rechten Seite der Schüler die Nachricht, dass er nun Teilnehmer ist. Klicke ich hier nun auf das Drei-Punkte-Menü, hat er nun nicht mehr die Möglichkeit, die Aufzeichnung zu beginnen. Ebenfalls hat er nicht mehr die Möglichkeit, mich als Organisator nun stumm zu schalten, da, wie auch hier gut zu erkennen ist, ich der Referent bin und der Testschüler ist nur mehr Teilnehmer. Wenn du ein Meeting planst, kannst du genau diese Optionen bereits vorher festlegen und musst nicht alle Schüler dann während des Meetings zu Teilnehmern herabstufen. Wie das funktioniert, möchte ich dir nun zeigen. Plane ich nun als Lehrer ein Meeting, egal ob über das Symbol Jetzt besprechen oder auch über den Kalender, so kann ich diese zuvor gezeigten Optionen bereits im Vorhinein festlegen. Ich klicke auf Jetzt Besprechung, möchte eine Besprechung planen, das Ganze ist eine Demo-Besprechung und ich bin mit der Uhrzeit und den anderen Einstellungen zufrieden. Ich sende nun also diese Einladung. Hier ist nun zu sehen, dass die Einladung bereits bei mir als Lehrer und auch beim Schüler eingeblendet wurde. Klicke ich nun als Lehrer noch einmal auf diese Demo-Besprechung, habe ich nun die Möglichkeit, in diesem Fenster die Besprechungsoptionen zu wählen. Bei den Besprechungsoptionen öffnet sich nun im Browser ein neues Tab. Du kannst nun einstellen, wer beispielsweise den Wartebereich umgehen kann. Diese Einstellung ist praktisch, wenn in deinem Team auch Gäste vorhanden sind. So musst du Gäste, bevor diese deiner Besprechung teilnehmen können, erst im Wartebereich genehmigen. Ich lasse diese Einstellung immer auf Personen in meiner Organisation. Interessant wird es nun im Punkt, wer kann präsentieren. Hier musst du umstellen auf nur ich. Dann bist du Organisator und einziger Referent in dieser Besprechung und nur du hast die Möglichkeit, Besprechungen aufzuzeichnen oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer stumm zu schalten oder aus dem Meeting zu werfen. Mit einem Klick auf Speichern werden diese Einstellungen nun übernommen. Du kannst das Tab nun schließen und auch das Besprechungsfenster wieder schließen. Nun möchte ich natürlich noch ausprobieren, ob diese Einstellungen auch wirksam sind. Mit einem Klick auf die Besprechung kann ich nun an dieser Besprechung teilnehmen und die Besprechung starten. Auf Schülerseite ist nun sofort ersichtlich, dass diese Besprechung gestartet wurde. Der Schüler oder die Schülerin kann nun auch teilnehmen und wenn sich der Schüler oder die Schülerin nun in der Besprechung befindet und auf das Drei-Punkte-Menü klickt, hat er nicht mehr die Möglichkeit, die Aufzeichnung zu beginnen und über das Feld Teilnehmer anzeigen, auch nicht die Möglichkeit, jemand anderen aus dem Meeting zu kicken oder stumm zu schalten. Diese Möglichkeiten bleiben einzig und allein dem Referenten hier bei mir auf der linken Seite vorbehalten. Mit einem Klick auf das Drei-Punkte-Menü könnte ich nun die Aufzeichnung beginnen oder auch meinen Testschüler stumm schalten oder aus dem Meeting entfernen. Möchtest du nun jemanden aus deiner Klasse oder aus dem Meeting die Möglichkeit geben, auch zu präsentieren, kannst du hier in der Teilnehmerübersicht den Status auch in Referent ändern. Er oder sie hat dann wieder die gleichen Rechte wie du als Organisator. Ich hoffe, dieses Video konnte dir helfen, deine Besprechungsoptionen in Zukunft so zu wählen, dass es keine unliebsamen Überraschungen mehr in deinen Meetings mit Microsoft Teams gibt.